Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und habe es angeguckt und meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde, Nackte Kanone, für jeden Teil super. Sehr schön. Vielleicht brauchen wir noch ein Mittelding. Ja, eine machen wir. So. Was wir sehen? Hackfleischbärchen in Eizitronensuppe. Ich hoffe, Sie mögen Knoblauch, sonst bin ich geliefert. Unbedingt. Jetzt schütten wir nur noch die Soße. Und jetzt schütten wir nur noch... Die Soße sind in Oscars. 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 Wo ist deine Mama? Die hat mich doch zu dir geschickt. Was? Die hat mich zu mir geschickt? Wie heißt denn die, deine Mama? Mama. Aha. Mal zu kleiner. Jogi. Ja, ja, Jogi. Ich habe zufälligerweise ganz selber was Wichtiges zu tun. Deswegen bringe ich dich jetzt nicht zur Schule. Klar? Ja. Ja.